Hören Sie doch bitte endlich mal auf mit dieser Selbstbeschimpfung. Volkswagen hat heute weltweit mit die besten Dieselmotoren. Wir alle wissen, dass Elektroautos eine sehr viel geringere Rendite haben zur Zeit als Verbrennungsmotoren. Und es wird auch 10, 15 Jahre so bleiben. Klimaschutzgerechtes Verhalten kostet den Verbraucher mehr Geld. Es wird uns nicht gelingen, in einer Smooth Transition darüber zu kommen. Und das gleichen wir immer aus. Und was wir auf der einen Seite an Belastungen einführen, holen wir auf der anderen Seite raus. Das wird leider nicht so sein.